Hi, herzlich willkommen zum Home Hive Tutorial. Wir haben vor sieben Tagen das letzte Mal das Volk aufgemacht. Da war nicht so tolles Wetter, deswegen habe ich da ja gesagt, ich breche die Zellen schnell alle durch, nehme ein bisschen Brut raus. Ich glaube, ich habe da ein oder zwei Brutwaben rausgenommen, bin mir jetzt auch nicht mehr so sicher. Ich habe auf jeden Fall Drohnenbrut geschnitten vor sieben Tagen. Die hatten Schwarmzellen auch an dem Tag, die habe ich alle weggemacht und wollte die auch nicht vermehren, weil da einfach die Wetterlage nicht so prickelnd war. Aber heute, sieben Tage später, ist das Bienenvolk immer noch im Schwarmtrieb. Und das überprüfen wir doch jetzt gleich mal, ob die sicher im Schwarmtrieb sind. Und wenn sie im Schwarmtrieb sind, ich weiß, dass sie schon sind, ist jetzt der Tag gekommen, wo ich einen Kunstschwarm ziehe. Das macht bei dem Volk besonders Sinn, da jetzt einen Kunstschwarm zu ziehen, weil das ist eine Altkönigin von 2020. Und es ist eine richtig, richtig tolle Bienenkönigin. Mir geht es jetzt darum, dass ich hier Mutterfolge, eine junge, neue Königin bekomme. Und auf der anderen Seite geht es mir darum, dass ich die Altkönigin, die möchte ich jetzt in den Homehive Einraumbeute im neuen Bienengarten reinsetzen. Und die soll doch da bitte nochmal ein, zwei Serien Eier legen. Und dann ist die Königin des Zeitlichen gesegnet. Aber im neuen Bienengarten habe ich dann ja wieder eine Tochter von dieser tollen Königin. Wenn jetzt alles gut läuft, kann ich aus dieser einen Königin schon nochmal ein paar mehr ziehen, bevor die es zeitlicher segnet. Und zur groben Übersicht, solange eure Bienen im Schwarmtrieb sind und ihr greift da keine Maßnahme, um den Schwarmtrieb endgültig rauszunehmen von dem Muttervolk, dann müsst ihr ja wirklich alle sieben Tage konstant in eure Bienen reingucken. Heute ist jetzt Sonntag, der 1. Mai. Und wie gesagt, wir machen heute einen Kunstschwarm und vermehren dieses Bienenvolk. Und zwar in der Art und Weise, wie das eigentlich sogar die Natur macht. Der eine Unterschied ist eben nur, wenn es die Natur macht, dann ist die ganze Sache eigentlich völlig unkontrollierbar. Der Bienenschwarm kann direkt vor dem Bienenvolk hängen. Bei meinem Homehive-System ist die Chance hoch, dass der Bienenschwarm sich unter die Kiste hängt. Aber völlig unberechenbar, weil ein Bienenschwarm kann auch mal schnell ganz weit wegfliegen. Und die meisten Bienenschwärme, die halt wegfliegen und nicht geborgen werden, sind zum Tode verurteilt. Es wäre schade um so ein schönes Bienenvölkchen. Und deswegen kann man, wenn man jetzt sagt, man möchte nicht die Natur einfach mal so blind fliegen lassen, sondern man möchte das mit menschlicher Handführung nachahmen, dann kommt der Kunstschwarm an das biologische Verhalten der Teilung, der Vermehrung der Bienen am nächsten. Deswegen stelle ich euch heute die Kunstschwarm-Technik hier explizit vor. Das erste, was wir machen, wir überprüfen mal unser schönes Bienenvölkchen, ob die tatsächlich auch im Schwarmtrieb sind. Muss ich jetzt nur kurz meine Kamera mal hinhalten, weil ich mir nicht sicher bin, ob... Okay, cool. Also mein Handy macht hier wieder Unfug. Ich hoffe, ich kann es euch jetzt halt richtig zeigen. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr das seht mit der Kameraeinstellung jetzt in der Sekunde. Ich werde mein Bestes geben. Ich glaube, ich muss hochgucken, dass ihr richtig gucken könnt. Muss ich ein bisschen meinen Kopf heben. Wenn man jetzt wissen will, ob die im Schwarmtrieb sind, da reicht ein kleiner Rauchstoß. Und alle Bienen gehen weg. Und ja, ihr seht, hier ist eine Schwarmzelle. Da ist eine Schwarmzelle. Und die zwei reichen mir jetzt schon aus, um zu wissen, das ganze Bienenvölk ist jetzt in der Sekunde im Schwarmtrieb. Und deswegen beenden wir heute den Schwarmtrieb für dieses Jahr über die Kunstschwarm-Technik. Und dann geht es da mal rein in das Bienenvolk. Kurz zur Übersicht. Es ist eine 2020er Ligustica Hybridkönigin, die jetzt einfach zu alt wird. Nach wie vor ein unglaublich großes Bienenvolk. Okay, und sie haben in den letzten sieben Tagen wieder mehr gesammelt wie gefressen. Das ist ziemlich schwer geworden hier der zweite Honigraum schon. Jetzt mal gucken, wie schwer der erste Honigraum ist. Oh ja, also der ist auch einen Ticken schwerer geworden wie vor sieben Tagen. Okay. Das, was ich abgesetzt habe, waren jetzt nur die Honigräume. Und jetzt gucken wir in den Kern des Bienenvolkes rein. In die Brutkammer sozusagen. Mein Home-Life-System ist aufgebaut auf genau nur 11 Brutwaben in Top-Bars-Systemen. Was übrigens tatsächlich für die volle Entfaltung von Honigbienen absolut ausreichend ist. Es kommt der natürlichen Höhle von natürlichen Bewohnungen von Honigbienen sehr, sehr nahe. Ich darf jetzt die Waben auf keinen Fall schütteln, weil ich habe jetzt zwei Ziele. Ich möchte die Königin finden. Und ich möchte nicht meine Schwarmzellen durchschütteln. Die sollen ja schlüpfen. Hier haben wir Drohnenbrut. Die schütteln wir jetzt auf jeden Fall mal ab, um zu gucken, ob wir die rausnehmen sollen oder ob wir da noch warten können. Jetzt habe ich natürlich hier eine Schwarmzelle geschüttelt. Okay, aber die Larve, die sitzt noch perfekt in der Mitte, also da ist jetzt nicht viel passiert. Die Wabe lasse ich erstmal drin, weil die kann ich auch zum späteren Zeitpunkt dann rausschneiden. Königin ist hier nicht. Aber hier ist eine schöne Schwarmzelle. Wenn ihr die Bienen nicht abschüttelt und ihr wollt wissen, wo die Schwarmzellen unten drum sind, nehmt euren Finger und streichelt eure Bienen. Der Trick ist, niemals zweimal auf dieselbe Biene. Wenn ihr auf eine Biene drauflangt, dann kommt sie mit dem Arsch nach oben. Wenn ihr nochmal drauflangt, dann hängt der Stachel drin. Und wenn man jetzt mit dem Finger hier gemütlich durchklickert, seht ihr, dann gehen die Bienen alle weg. Und aha, hier, eine Schwarmzelle. Also so geht es ohne Waben runterzuschütteln. Ganz einfach. Und auch wenn man es gut macht, ohne Stiche. Hier oben war auch eine Schwarmzelle. Allerdings keine Königin. Und mir geht es jetzt wirklich nur drum um die Königin. und um Drohnenbrutschnitte, wenn sie dann gerechtfertigt sind bei dem Volk. Das Volk duftet herrlich. Also hier sind auch schon Näpfchen drauf und Schwarmzellen. Gucken wir jetzt mal hier in die Lücken. Hier haben wir eine Schwarmzelle. Königin sehe ich hier nicht. Die Bienen waren etwas faul im Bautrieb. Weil das letzte Mal habe ich ja hier einen Oberträger in die Mitte rein gemacht. Wo man jetzt sehen kann, dass die Bienen den nicht akzeptiert haben. Die haben da auch Drohnenbrut angesetzt. Der kommt nachher wieder seitlich. Also wir haben noch drei Waben, um die Königin zu finden. Hier sind auch Schwarmzellen. Also das Volk, das möchte sich teilen. Man merkt es richtig, wenn die Bienen sich teilen wollen. Die zeigen das ja einem ganz wunderbar an. Der Wille des Imkers sollte übrigens immer dem Willen des Bienenvolkes folgen und nicht umgekehrt. Hier haben wir unsere Königin. Was für eine wunderschöne Königin. Wohlgemerkt geboren 2020. Meines Wissens war das eine Maikönigin. Und es war übrigens tatsächlich keine Schwarmzelle. Diese geniale Königin war eine Nachschaffungskönigin. Es ist eine Nachschaffungszelle rausgekrochen. Ihr seht, ich greife die Königin nicht, sondern ich kessel die lediglich ein in meinen Fingern und gebe der Königin nur noch eine Möglichkeit auf meine Finger hochzulaufen. Wenn ich jetzt weiterarbeiten möchte, dann muss die jetzt in die Handfläche rein. Und dann habe ich sie hier in meiner Hand drin. Halte logischerweise den Hohlraum, dass die Königin da auch genügend Platz hat zum Laufen. Dann habe ich hier wieder meine Hand frei und kann hier die Bienen lenken und zack und rein mit euch Tierchen. So, jetzt brauchen wir einen sogenannten Iltis-Käfig. Und ihr seht, ich habe da ja schon ein Draht dran gewickelt. Warum das Ganze, das seht ihr gleich. Also, erstmal kommen die Königin hier jetzt rein. Komm schon. Hier ist unsere Königin. Jetzt lassen wir die hier reinlaufen. Jawohl, die Königin ist drin. Nicht zumachen, wenn die Königin hier vorne sitzt. Ich warte, bis die ganz da hinten lang läuft. Komm. Ein bisschen puste, dann kann man sie lenken. Und Klappe zu. So, Königin, nichts passiert. Ich habe sie hier an meinem Draht dran, genauso wie ich das haben möchte. Ihr seht, ich habe hier schon eine neue Stockkarte gemacht. Das ist nicht die alte Stockkarte, das ist eine neue. Mit aber der Beschriftung der Königin. 2020, Hybridgrün 84, ein neues Bienenvolk, kommt nach Wolfer II, ein Bienengarten. Volkstyp ist es ein Kunstschwarm. Bewertung kann ich hier jetzt noch nicht machen, weil das Volk fängt ja erst an. vermehren, plus, 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 dass ich weiß, dass diese Königin noch vermehrt wird, bevor sie dann das Zeitliche segnet. Und die hängen wir jetzt erstmal hier in unseren Kunstschwarm rein. Und jetzt wisst ihr auch, warum da der Draht hing an der Königin. So kann man die jetzt nämlich hier ranhängen und die Bienen haben dann so die Möglichkeit, ihren Kunstschwarm um die Königin gleich zu bilden. Jetzt muss ich nur ein bisschen beeilen, weil ich möchte auch nicht, dass meine Königin jetzt alleine ist. Hier haben wir eine volle Wabe Drohnenbrut und die nehme ich dann definitiv raus. Wir haben ja auch schon schlüpfen lassen und die andere Wabe, wo ihr da gerade gesehen habt, das ist die, wo ich dann auch wieder komplett schlüpfen lassen möchte. Leere Oberträger, den tun wir mal ganz nach da vorne. Hier haben wir noch ein ziemlich leeren, der kommt auch hier nach vorne. Und der hier war ja ein bisschen voller, also mit mehr Waben drauf. Den tun wir hier hin anstaffeln. Wichtig ist, dass ihr immer die größten Waben in die Mitte hängt, zum Flugloch. In dem Fall ist das Flugloch hier bei dem Home-Heif-System mittig. Und deswegen hängen die größten Waben dann auch bitte immer mittig. Absperrgitter drauf. Dann müssen erst mal die Bienen ein bisschen gelenkt werden. Das sind ja viel zu viele Bienen hier oben. Kommt nochmal ein Abgang hier. Wenn ihr wollt, dass eure Bienen weggehen, dann keine Stoßwolken, sondern ganz kleine Rauchwolken in den Tierchen geben. Dann sind die am besten lenkbar. Seht ihr? Funktioniert ausgesprochen gut. Mit Geduld geht alles. Absperrgitter nehmen und wie immer gerade halten und langsam drüber schieben. Hier die Bienen machen wir mit den Fingerspitzen immer weg. Statt Besen Fingerspitzen finden die Tiere viel angenehmer. Und dann setzen wir schon mal den ersten Honigraum drauf. Und jetzt ganz losgehen mit der Kunstschwarmtechnik. Wir brauchen dazu den Deckel. Deswegen möchte ich jetzt erstmal den Honigraum nochmal kurz so schräg setzen. Den Deckel brauchen wir für unsere Waage. Die habe ich hier schon vorbereitet, weil ich möchte, dass die Noppen der Waage ganz gerade unten drunter liegen und die zwei Hölzer habe ich nur, weil meine Kunstschwarmkiste etwas falsch gebaut ist und überlappend ist. Also die überlappt die Waage und kann ich nicht richtig messen. Okay, hoffentlich funktioniert das hier jetzt. was ist mir da? Okay, hängt in der Luft, das sollte passen. Den Deckel wieder zur Seite. 3,8 drücken wir auf Tare. Ich hoffe, meine Waage funktioniert wieder. Die war letztes Jahr etwas kaputti. Und jetzt bilden wir einen Kunschwarm mit 1,5 Kilo Bienenmasse. Die Drohnen brauchen wir in dem Fall nicht mitnehmen. Wenn ich die Tiere hier oben von über dem Absperrgitter vom Honigraum nehme, dann habe ich eigentlich nur die Weibchen drauf und keine Männchen. Die Männchen kommen ja auch nicht durch. Wir haben bereits 0,7 Kilo drin. So schnell kann das gehen bei den Tierchen. 0,8 Wenn man sich beeilt, braucht ihr übrigens für die Aktionen wirklich keinen Trichter. Einen Trichter braucht man immer nur dann, wenn man zu langsam ist für die Arbeit. Also die eine hat mich jetzt hier in das Ohr gerade gestochen. Au, so eine Drecksau. Boah, der Stichter prädert. Aua, aua, aua. Und ich finde gerade einen Stachel nicht, weil da gerade mein Kopfband drüber hängt. 1,1 Kilo 1,2 Kilo 1,4 Kilo Wir haben ja schon eigentlich die 1,5 Kilo jetzt nehmen wir gerade die noch als Bonus mit dazu das Volk ist so groß da kann man jetzt auch einen etwas größeren Kunstschwarm bilden das ist okay so also ein 1,7 Kilo Kunstschwarm das ist doch mal echt ein großes Ding nehmen wir hier die Hände um die Tierchen wieder zurückzunehmen und dann hauen wir den ganzen Kunstschwarm auf den Boden 2,3 Mal dass wir keine Bienen hier quetschen jetzt kommt der Deckel mit der Königin dazu und so habt ihr einen 1,7 Kilo Gramm Kunstschwarm die werden sich jetzt hier oben bei der Königin ansammeln und die werde ich jetzt auch gleich mitnehmen nach Wolfe Zweier ohne Kellerhaft bitte die Tiere werden jetzt in eine Einraumkiste in Wolfe Zweier eingeschlagen da habe ich übrigens gerade einen Stachel hinterm Ohr erwischt das war jetzt nur ein einziger Stich ja und wenn ich den Kunstschwarm jetzt in Wolfe Zweier in eine Einraumbeutekiste einschlage dann werde ich mir von irgendeinem anderen Bienenvolk zwei, drei Honigrämchen rausklauen einfach nicht weil die jetzt sag ich mal kein also klar der eine Hintergrund ist wir wollen das Bienenvolk mit Futter versorgen aber der in dem Fall weil hier blüht ja gerade alles der viel wichtigere Faktor warum ich da ein paar Waben reinhängen möchte allerdings ohne Brut diesmal ist weil wenn ich die auf nackten Oberträger kippe also sprich in eine komplett neue Bienenbehausung ohne ein Wabenwerk drin dann habe ich unter Umständen mehr Arbeit mit dem Korrigieren der Waben wenn ich da schon mal zwei, drei Waben drin habe dann orientiert sich da die Biene viel besser dran und zieht mir die nächsten Waben auch dementsprechend gerade runter und ist mein Arbeitsaufwand einfach nicht so hoch das Volk machen wir jetzt gleich mal zu die waren ja offensichtlich angefressen vermutlich wegen der Wetterlage ein paar Nektartropfen sind da rausgegangen und das kann vielleicht später zur Räuberei führen deswegen machen wir immer gleich sauber alles als Imker die Waage kommt zurück das hier war ja unsere alte Stockkarte das ist die neue von dem Schwarm und was haben wir hier gemacht im Mai wir haben Drohnen schlüpfen lassen wir haben entnommen wir haben ein KS entnommen ein Kunstschwarm Verhalten war gut Gesundheit war gut Entwicklung war gut der eine stich in das Ohr ja mein Gott ist wirklich Wetter verursacht und ich habe eine Sekunde zu spät reingeraucht der Bautrieb war schlecht der Schwarmtrieb war allerdings gut und der Honigertrag war auch hervorragend jetzt ziehen wir hier den Strich runter weil wir hatten jetzt einen Königinaustausch schreiben hier drin Tochter entsteht weil da wird jetzt bald eine junge neue Königin aus dieser Genetik schlüpfen und ihr habt ja gesehen dass ich jetzt in der Sekunde bei der Durchsicht ich habe jede einzelne Schwarmzelle stehen lassen keine der Schwarmzellen war verdeckelt die Schwarmzellen beziehungsweise jede Zelle von einer Königin wird an Tag 8 verdeckelt das bedeutet jetzt für mich in der Praxis wir sind bei keiner Zelle über Tag 8 drüber Tag 16 schlüpft die Königin so wie ich die Zellen jetzt beobachtet habe werden die erst den nächsten 2-3 Tagen verdeckelt dann sind wir erst bei Tag 8 und dann habe ich nochmal ganze 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 nochmal ganze 7 Tage 8 Tage Zeit das Bienenvolk nochmal aufzumachen weil mir geht es jetzt um eins ich möchte jetzt die Zellen so lange in meinem Bienenvolk reifen lassen bis die bei Tag 15 sind also einen Tag vorm Schlupf dann werde ich hier an dieses Bienenvolk hingehen und die kleinen Begattungskisten mitnehmen die schon kleine Bienenvölker drin haben die weißlos sind und dann kann ich hier nochmal Schwarmzellen rausschneiden und damit die weißlosen Völker impfen um die Genetik vermehren was dann übrig bleibt in dem Muttervolk das werde ich mir da nochmal genau überlegen aber laut den Parametern der regenerativen Bienenhaltung lasse ich da ja mindestens mal 3, 4, 5 Zellen stehen Schwarmzellen ich riskiere also das Thema Nachschwarm mir persönlich ist hier speziell bei diesem Bienenvolk jetzt die Selektion wirklich sehr sehr wichtig dass da mindestens mal mehr wie zwei Königen rausschlüpfen dass dann einfach das Bienenvolk und die Königen untereinander entscheiden können welche denn wirklich die bessere ist die schlechteren dürfen gehen nehme ich in der Natur um es mal kurz durchzurechnen wann mache ich jetzt wieder auf ja also das Bienenvolk werde ich eigentlich genau in sieben Tagen wieder öffnen das kommt so circa hin mit der Zeitspanne der jungen Königin das heißt am nächsten Sonntag könnt ihr hier nochmal live verfolgen wie es dann hier weitergeht mit der Königinvermehrung so weit so gut Volk ist geteilt dann willkommen zum Wolfer 2 Rabinenstand und da haben wir ja gesagt für den Kunstschwarm klauen wir von irgendeinem anderen Bienenvolk ein paar Waben dass die einfach Futterversorgung haben und ich nicht die Arbeit habe mit krummen Wabenbau ich mache das jetzt übrigens mal ohne Rauch ja gut da ist jetzt halt ein bisschen Brut drauf das wollte ich eigentlich vermeiden aber was soll es so viel ist es jetzt nicht schon mal die eine der Rest da hinten sind nur noch Brutwaben dann brauche ich da schon mal nicht mehr schauen so eine Futterwabe wäre noch ganz toll die finde ich nicht so gut aber die da hier wäre ganz toll dann nehmen wir doch die so ich würde am liebsten noch ein paar mehr Waben reinmachen aber das was ich da habe das sollte eigentlich lang dass hier jetzt auch schon Drohnenbrutzellen mit Drohnenlarven drauf sind das ist sehr schlau weil so kann jetzt nämlich die ganze Varroa wo hier im Kunstschwarm auf der Biene sitzt in die Zellen reinkommen von den Männchen und die kann ich dann hier wieder rausschneiden genau wir müssen da jetzt die Lücke lassen für den Kunstschwarm reinkippen die andere Möglichkeit übrigens einen Kunstschwarm zu entmilben wäre tatsächlich wenn man Puderzucker einsetzt so ein bisschen wie bei der Varroa Analyse mit einem Glas die Milben rausschütteln das geht auch im Gesamten mit einem ganzen Bienenvolk Voraussetzung ist die Aktion lohnt sich bei Milben armen Völkern lohnt sich das definitiv schon mal nicht das war jetzt hier bei mir der Fall deswegen stresse ich die jetzt auch nicht ab mit Puderzucker wenn man jetzt allerdings schon Milben auf der Biene sitzen sieht bei der Kunstschwarm Technik dann sollte man sich auf jeden Fall einen ganz trockenen Tag raussuchen und dann kann so eine Grundschwarmkiste mit 500 Gramm Puderzucker ziemlich gut entmilbt werden das zeige ich euch irgendwann nochmal in einem anderen Video und meines Wissens habe ich die Puderzuckerentmilbung bereits auf Band da müsst ihr mal in meiner Playlist Bivital schauen da dürfte das drin sein so es war jetzt echt einfach wir haben wie gesagt hier unsere zwei Ansatzwaben hier ist der Kunstschwarm Zettel haben wir auch schon gemacht ich mag das übrigens nicht die Königin runterschlagen das finde ich irgendwie zu grob deswegen holen wir erstmal die Königin hier oben raus da hockt sie nämlich die Bienchen machen wir auch schon hier rein ok Deckel kann ich nicht mehr drauf machen weil die jetzt alle schon dran sitzen Königin ja da muss man natürlich die Bienen erstmal runterschütteln sonst funktioniert das nachher schlecht wir können das übrigens auch gemütlich machen ihr seht ich arbeite hier ohne Rauch und ohne Wasser also auch das Thema Wasser braucht ihr eigentlich nur wenn ja also jetzt in meinem Fall ihr seht da braucht man definitiv mal kein Wasser so dann schlagen wir schon mal den Deckel ab na gehst du runter raus mit ihr so hier haben wir die Klappe wieder drauf und dann haben wir hier noch den Rest der Bienen zwei drei mal runterschlagen und rein damit nochmal runterschlagen und dann muss man klopfen so jetzt der Trick den ganzen Balken vorschieben dass die Tiere im Dunkeln sind dann machen wir hier alle Oberträger wieder rein schieben alles mit dem Stockmeißel wieder an da das jetzt kein Naturschwarm war sondern ein Kunstschwarm ist diese Königin nicht flugfähig bedeutet wir lassen die mit Ruhe und Gemütlichkeit hier rauslaufen und sie geht schon auf ihr Wabenwerk ganz toll Folie drüber Zettel rein und dann muss man ein bisschen mit dem Wind kämpfen wie immer ja bleibst du liegen hey bleib drauf und Deckel zu ihr seht ich habe das Ganze jetzt wirklich ohne kellerhaft gemacht ohne Wasser ohne Rauch und da das Bienenvolk jetzt sozusagen neu im Entstehungsprozess ist mit fast keinen Waben drin lohnt es sich jetzt alle paar Tage hinzugehen und die neuen Waben die gebaut werden auch dementsprechend begradigen und korrigieren wenn das getan ist kann der Rest des Jahres im 14-Tages-Rhythmus mit so einem Volk weitergearbeitet werden das war es jetzt aber tschüss bis zum